Das habe ich gesehen, das auch, das auch. Kann das jetzt wirklich sein? Ich glaube, ich habe wirklich jedes Minecraft-Video hier auf YouTube gesehen. Also sogar meine. Ich glaube, jetzt wird es mal Zeit zu fragen, was Hannah und Emma so machen. Vielleicht spiele ich ja jetzt mal mit denen eine Runde. Vielleicht spielen die ja mal was richtig Cooles. Hannah, du musst mich so umstylen. Ich will genauso aussehen wie meine Puppe. Mach das mal bitte mit Schminke. Alles klar, wird erledigt. Ihr werdet aussehen wie Zwillinge. Habe ich das richtig gehört? Schminke? Nein, nein, kann gar nicht sein. Hey, wollen wir was spielen? Julian, wenn du willst, kannst du mir helfen, Emma zu schminken. Wir wollen die so umstylen, dass die so aussehen wie ihre Puppe. Oh, ich habe noch eine viel bessere Idee. Wir können ja Julian schminken. Alles klar, das war mein Stichwort. Ich verziehe mich. Ich bin unten. Oh Mann, oh Mann, dass ich wirklich gefragt habe. Warum eigentlich? Warum sind nur Mädchen meine Geschwister? Hätte ich nicht einen Bruder haben können, das wäre doch viel besser. Dann hätten wir gemeinsam irgendwie Minecraft spielen können. Och Mann. Dann hätten wir auch immer online Minecraft spielen können. Hey, na, alles klar. Und dann vielleicht auch noch andere Maps. Und das wäre ziemlich cool. Wer war das? Hey, hey, wer bist du? Was machst du hier? Hey, sag mal, wer bist du denn? Ich bin stehen geblieben. Das ist nicht dein Haus. Hallo, ich rede mit dir. Wer bist du denn überhaupt? Hallo, wer bist du? Äh, äh, wer ich bin? Äh, ich bin Lilly, deine Schwester. Wie, wie? Wart mal, wart mal, wart mal. Du bist meine Schwester? Oh nein, nicht noch ein Mädchen. Oh Mann, hättest du nicht ein Junge sein können? Oh toll, danke schön. Äh, 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 ja, ich bin deine Schwester. Sag mal, äh, hast du zufällig ein Tablet? Ein Tablet? Ja, hab ich. Aber nein, du kannst keine Barbie-Apps darauf installieren. Nein. Hä, wieso denn Barbie? Müssen denn Mädels immer auf Barbie stehen? Ich mach was ganz anderes mit dem Tablet. Äh, äh, okay, okay, okay. Das könnte vielleicht gut sein. Ja, okay, ich hab ein Tablet. Komm mit in mein Zimmer. Äh, sag mal, kennst du dieses Minecraft? Das kann nicht so viele Kinder, aber ich liebe das über alles. Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Du, du, du liebst Minecraft, ist das richtig? Ja, klar. Oh mein Gott. Minecraft ist das coolste überhaupt? Ja, Minecraft! 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 Oh Mann, was ist da bei Julian los? Warum ist denn der so laut? Ich denke mal, er hat sich das jetzt anders überlegt. Er wird bestimmt doch geschminkt werden. Minecraft! Oh, Julian, können du und deine neue Freundin etwas ruhiger sein? Oh, oh, entschuldige, entschuldige. Ja, aber das ist nicht meine neue Freundin, das ist unsere Schwester. Was? Unsere Schwester? Ja. Wie, wo kommt die denn her? Das ist Lilly. Äh, äh, ja, ich bin, ich bin Lilly. Äh, sag mal, habt ihr auch ein Tablet? Nein, haben wir nicht. Und das kann gar nicht sein, dass du unsere Schwester bist. Wen willst du denn hier veräppeln? Äh, 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 Anna, das kann doch jetzt nicht sein, dass du das wirklich gesagt hast, oder? Und dann noch zu deiner Schwester. Guck doch mal die Ähnlichkeit hier zwischen uns. Ja, stimmt. Das sind ihre Haare. Die sieht mehr aus als deine Schwester, als Hannah. Also, das kann überhaupt gar nicht sein, dass du unsere Schwester bist. Wir sind zu dritt. Wir sind Emma, Julian, Hannah. Und wir haben nicht noch eine Lilly Vogel in der Familie? Aber, Hannah, guck doch mal. Wir drei hier, wir sehen aus wie Geschwister. Ja, das finde ich auch. Fällt irgendwas auf? Und bei dir fällt auch irgendwas auf? Mhm. Du, Hannah, du hast gar keine roten Haare wie wir. Das stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ach, oh Mann, das ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen uns. Ich bin die Einzige, die klar denken kann. Wen wollt ihr eigentlich veräppeln? Was soll das alles? Kinder, wir wollten noch zum Einkaufen. Seid ihr soweit? Oh, Mama, musst du uns irgendwas sagen von einem vierten Kind vielleicht? Äh, hallo, hallo Mama. Ich bin Lilly. Deine Tochter, sag mal, hast du auch ein Tablet? Äh, ich hab kein Tablet. Wer bist du? Wie kommst du hier rein? Julian, hast du eine neue Freundin? Wieso behauptet die, dass ich ihre Mutter bin? Mama, also bitte, sie behauptet es nicht nur, sondern es ist so. Sie liebt Minecraft und das ist einfach unsere neue Schwester. Wo soll sie denn jetzt wohnen? Oh, Julian, hör auf, so einen Quatsch zu erzählen. Du glaubst doch alles. Das ist nicht unsere Schwester. Oh, Mama, ich hab dich wirklich lieb. Lass dich drücken. Und sag mal, wo sind denn die anderen Tablets hier? Lilly, lass unsere Mama in Ruhe. Das ist unsere Mama, nicht deine. Äh, Hannah, ja, da hast du recht. Sag mal, Lilly, wo ist denn deine Mama? Also, ich bin nicht deine Mama. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Äh, also, du bist ja wohl meine Mutter. Und du als meine Mutter musst mir jeden Wunsch erfüllen. Und ich hätt gern ein Tablet. Ach, kein Problem, Lilly. Wenn du Minecraft spielen willst, kannst du auch, oder Videos schauen willst, kannst du auch mein Tablet nehmen. Und Mama, kann Lilly vielleicht in Hannas Zimmer ziehen? Auf gar keinen Fall. Keiner zieht in mein Zimmer. Das ist mein Zimmer. Du kannst auch ausziehen, oder nicht? Äh, nein, hier wird niemand ausziehen oder die Zimmer tauschen. Ich muss mal eben kurz telefonieren. Also, irgendwie muss ich das klären. Ach, was ist denn schon wieder los? Und jetzt klingelt es auch noch an der Tür. Ich bin mal gespannt, wer da jetzt steht. Äh, ach, hallo, äh, Frau Vogel. Ich hab ihren Namen an der Klinge gelesen. Ich suche meine Tochter, Lilly. Die hat irgendwie in letzter Zeit den Hang, in fremde Häuser zu gehen. Ach, bin ich froh, dass sie jetzt da sind. Ja, Lilly ist oben. Komm. Oh, Hanna, was ist denn das Problem, wenn du ausziehst? Du bist alt genug. Du kommst bald auf eine neue Schule. Also, ich würde da schon ausziehen, glaube ich. Julian, ich bin doch ein Kind. Ich bin noch nicht mal 18. Ich ziehe nicht aus. Ja, und? Ist doch egal. Kannst du auch ein bisschen... Wo soll ich denn hinziehen? Zu mein Opa. Vielleicht ins Hotel. Also, Hanna, bei Opa und Opa ist das echt klasse. Ich würde da auch gern wohnen. Äh, sag mal, du, äh, hast du nicht hier Minecraft Pocket Edition drauf? Oder kannst du mir mal bitte das Passwort für den App Store geben? Äh, tut mir leid. Ich habe kein Guthaben mehr. Das kannst du dir nicht kaufen. Sorry. Vielleicht beim nächsten Mal. Äh, Kinder, ich glaube, es gibt eine Lösung für das Problem. Äh, schaut doch mal. Äh, oh, Mama. Äh, was machst du denn hier? Ich wollte gerade, äh, zum Spielplatz zurückkommen. Äh, äh, äh... Oh, Lilly, das war so klar, dass du wieder vom Spielplatz weggelaufen bist. Bist du wieder auf der Suche nach irgendwelchen Tablets? Das geht so nicht. Aber, Mama, wenn du mir keins kaufst, kein Tablet, dann muss ich mir eben eins suchen. Ist sie doch nicht unsere Schwester? Oh, toll! Julian, nein, sie ist nicht deine Schwester. Und auch nicht die Schwester von Hanna oder Emma. Das wüsste ich ja wohl am besten von allen. Oh, Lilly, das war jetzt echt das letzte Mal. Du hast jetzt Hausarrest und ein Tablet kaufe ich dir nicht. Dann wünsche ich mir eins zu Weihnachten. Äh, ja, und, äh, alle anderen, ich bin nicht eure Schwester. Äh, und danke fürs Spielen. War leider nur ein bisschen zu kurz. Ciao. Oh, nein, bitte geh nicht, bitte geh nicht. Ich kann auch mit jemandem Minecraft spielen. Oh, toll. Jetzt heißt es wohl wieder schminken. Oh, nein! Da hatte ich mal eine Schwester, die auch Minecraft spielen will und die ist jetzt weg. Danke. Also, Julian, wie kommst du eigentlich darauf, dass du noch ein Geschwisterchen hast? Also ein viertes Kind hier bei Familie Vogel. Hm, wir überlegen uns das zwar, aber noch steht nichts fest. Ja, aber ich dachte doch nur wegen Minecraft und allem drum und dran. Ja, gut, okay. Aber ich lass mich jetzt trotzdem nicht schminken. Mama, ich zieh nicht aus. Ich will hier bleiben. Ach, Kinder, es wird jetzt alles so bleiben, wie es ist. Es wird sich nichts verändern. Und wer kommt jetzt bitte mit einkaufen?